Was geht es um den Begriff Politics? Es geht nun um den Begriff Politics. Und bei diesem Begriff Politics geht es um Prozesse und Abläufe im politischen System. Während es also beim Begriff Polity, wir erinnern uns um das politische System an sich, um die Institutionen im politischen System geht, geht es nun um das, was Graham Allison, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, mal als the pulling and hauling, that's politics bezeichnet hat. Es geht darum, wie andere gesellschaftliche Bereiche, also Parteien, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften im politischen System miteinander interagieren. Das heißt, in der Politics-Dimension geht es viel stärker darum, welche interaktiven Prozesse stattfinden. Es geht viel stärker auch um Macht. Macht, da gibt es vier klassische Definitionen. Ein wunderbares Werk in diesem Zusammenhang ist das von Stephen Lukes aus den frühen 70er Jahren, Power, a Radical View, der drei Formen von Macht definiert. Die erste geht zurück auf Max Webers Herrschaftsbegriff. Und er sagt hier, Macht ist also, wenn ein Akteur, einen anderen Akteur zu einer Handlung bewegen kann, die er sonst nicht vollzogen hätte. Die zweite Form der Macht nennt Lukes Non-Decision-Making. Das heißt, ich kriege im Restaurant Fisch und Fleisch angeboten, aber kein vegetarisches Gericht. Das heißt, meine Handlungsmöglichkeiten werden durch die Wahl, die ich habe, eingeschränkt. Ich kann also nicht vegetarisch essen, weil es nur Fisch und Fleisch gibt. Das nennt sich Non-Decision-Making. Und die dritte Form der Macht, die Lukes definiert, die bezeichnet er mit der Frage, how do I get my ideas into other people's heads? Also wie kriege ich eigentlich meine Ideen in die Köpfe anderer Menschen? Und ein klassisches Beispiel ist natürlich die Propagandamaschinerie der Nazis in den 30er Jahren, wo Josef Goebbels das für diese Zeit perfektioniert hat. Also die Frage, wie kriege ich meine Ideen eigentlich in die Köpfe der Menschen in Deutschland? Eine Definition, die Lukes vernachlässigt, ist die, die später von einem französischen Sozialtheoretiker Michel Foucault in die Diskussion gebracht worden ist, nämlich eine Form von Macht, wo man gar nicht mehr weglaufen kann, wo es A und B gar nicht mehr gibt, wo es keinen Goebbels mehr gibt, wo es nicht mehr die Person gibt, die mich zu einer Handlung bringt, sondern wo Macht sozusagen in der Gesellschaft steckt und mir Handlungsmöglichkeiten eröffnet oder sie eben als illegitim darstellt. Foucault würde hier sprechen, lebte er noch wahrscheinlich vom Neoliberalismus, dass wir alle verkümmert sind zu shoppenden Wesen, die am Wochenende ihr Geld ausgeben in irgendwelchen Läden wie H&M und keine anderen Möglichkeiten mehr haben, als in diesem Wettbewerbssystem zu leben, zu vegetieren und damit eben unseren Handlungsmöglichkeiten weitgehend beraubt worden sind. Und wir unterscheiden in diesem Zusammenhang in der vergleichenden Politikwissenschaft zwischen rationalen Theorien, rational choice, der Mainstream, und Konstruktivismus und hier anhängend die Unterscheidung zwischen Endogenität und Exogenität von Entscheidungsstrukturen. Sie müssen sich vorstellen, in einer typischen Entscheidungsstruktur, wo eben dieses Pulling and Hauling abgeht in der Politik, ist es so, dass man in einen Raum kommt, da steht ein ovaler Tisch, da sitzen Minister und Ministerinnen am Tisch, die fangen an zu verhandeln über Budgets. Rationalisten würden sagen, dass wir hier eine exogene Präferenzformulierung zugrunde legen müssen. Das heißt, ein Minister formuliert seine Interessen außerhalb des Raumes und das, was dann eigentlich zwischen den Akteuren im Raum abgeht, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Während dann endogene Forscher, Konstruktivisten sagen würden, ja, durch Argumente, durch, was wir im englischen Arguing and Bargaining nennen, kann es dazu führen, durch kommunikatives Handeln, dass meine Präferenzen, meine Interessen sich im Raum verändern. Das hat Auswirkungen, und das ist ein wichtiger Bereich dieser Politics-Dimension, auf Interessenartikulation, auf Interessenaggregation. Akteure sind hier eben solche Minister natürlich, aber auch Parteien, Verbände, soziale Bewegungen, Massenmedien, Kirchen, aber auch Akteure der Alltagskultur. Zunehmend ist es für uns interessant, eben auch wie sogenannte Flüchtlinge in Satiremagazinen, meinetwegen, in Romanen dargestellt werden. Also neuartige Forschung dieser Politics-Dimension widmet sich durchaus auch Satire, widmet sich Bildern, widmet sich neuen sozialen Medien wie Twitter, wo eben der amerikanische Präsident Donald Trump sehr aktiv ist. Das heißt, hier geht es um die Analyse von dynamisch-partizipatorischen Prozessen, um politische Willensbildung, um Interessenvermittlung, Artikulation, Aggregation, um das Funktionieren von Regierungsformen, Koalitionsregierungen, Mehrheitsregierungen, Minderheitsregierungen, um Klassifikation von Parteiensystemen, um den Einfluss von Nichtregierungsorganisationen, um Klassifikation von Parteien, ein wichtiger Bereich der Politics-Dimension in der vergleichenden Politikwissenschaft, wo eingeteilt wird in liberale Parteien, konservative Parteien, Arbeiterparteien, also die SPD, die klassische Arbeiterpartei, die vielleicht jetzt langsam ihren Status verliert, Agrarparteien, regionale Parteien, christliche Parteien, kommunistische Parteien, aber auch in den letzten 20, 30 Jahren ökologische Parteien, sogenannte postmaterialistische Parteien, wie vielleicht in der Bundesrepublik Deutschland die Grünen seit Beginn der 1980er Jahre.